Der Pokalsieger von 92 Tore in 15 Spielen, eine deutliche Sprache. An dieses Foul von Daschner an Jacek Menzel, Freistoß Rostock, Matthias Breitkreuz. René Schneider verliert Prinzen und Hermann, Plütz greift nicht ein und das 1 zu 0 für Rostock, Torschütze Rocco Milde. Ausgerechnet Rocco Milde, der von den 96ern an Rostock ausgeliehen ist und hier natürlich besonders motiviert war. Da waren sie wieder, die großen Probleme der 96er in der Defensive. Zweiter Saisontreffer also für Rocco Milde, der sich natürlich tierisch freute. Die 96er mit großen Problemen im Spielaufbau, nach 23 Minuten der erste torgefährliche Angriff. Rostengütschow und Kowilanski, der polnische Nationalspieler, der morgen zu zwei Länderspielen in seine Heimat reist und damit den 96ern gegen Mannheim fehlt. Die Niedersachsen nur mit einem Sieg aus den letzten sieben Begegnungen setzten vor allem auf ihre vielen ehemaligen Erstligaspieler, wie zum Beispiel Stefan Studer. Der ehemalige Wattenscheider mit viel Platz auf der linken Seite machte aber zu wenig draus. Peter Neuruhrer und der erste Belastungstest auf Badeschlappen. Hansa Rostock mit der besten Abwehr der zweiten Liga, hier allerdings gleich der gescheiterte Versuch einer Abseitsfalle. Hier, Torsten Gütschow dazwischen, clever und das 1 zu 1 für Hannover 96. Achter Saisontreffer für Torsten Gütschow, damit führt er in der Torjägerliste der zweiten Liga noch einmal. Der Aufbau der Abseitsfalle, aber Torsten Gütschow einfach cleverer. Halbzeit, 1 zu 1, der beschwerliche Weg des 96 Trainers in die Kabine. Wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen. Nach dem Wechsel, Rostock wieder engagierter, technisch die bessere Mannschaft. Steffen Baumgart, Prinzen lädt ihn zum Flanken ein, Rocco Milde. Aber deutlich zu sehen, der Kopf zu tief, deshalb der Ball drüber. Aber auch hier grobe Abwehrfehler bei 96. Und weil es so bitterkalt war im Niedersachsenstadion, kuschelten Steffen Baumgart und Roger Prinzen ein bisschen. Oder spielten sie etwa Zweierbopfern? Mittlerweile bei 96, Hermann ausgewechselt, für ihn kam Marco Dehne, dann Freistoß, Stefan Studer. Das 2 zu 1 für Hannover 96, durch den Freistoß-Spezialisten keine Chance für Daniel Hoffmann. Ein herrliches Tor, Stefan Studer, der einzige der Ex-Erstligisten, der zuletzt tolle Leistungen bot. Noch gut 15 Minuten zu spielen, Hansa Rostock warf alles nach vorne. Der eingewechselte Marco Künzel und Glück für 96-Kieper Jörg Sievers. Aber Kompliment an die Niedersachsen, die kämpften und weiter nach vorne spielten. Thorsten Gütschow, aber abseits von Kowilanski, es blieb schließlich beim insgesamt verdienten 2 zu 1. Jawohl, sagt Peter Neururer, 90 Minuten Schmerz und ein eingefrorener C waren... Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ... ... ... ... ... ... ...